Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur Episode 2 in der fünften Staffel. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja überall, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr uns auch, wenn ihr uns hören wollt in der ARD Audiothek zusätzlich. Und als Video gibt es uns bei YouTube. Das bietet euch übrigens sonst kein Podcast zum Sehen und zum Hören. So, auch heute haben wir wieder einen echten Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben. Unsere Gedanken zur deutschen Justiz, zu den Menschen und überhaupt. Ja, Folge 2, Staffel 5. Und das ist ein Fall, da hast du, glaube ich, für irgendeine Doku-Feature auch sogar mal einen Preis bekommen. Das habe ich irgendwie noch im Kopf. Diesen Fall hatte ich auch im Kopf. Aber ich habe gemerkt eigentlich, dass mein Wissen noch gewisse Lücken hatte, beziehungsweise war das alles schon ein bisschen länger her. Und wir hören einfach mal rein, was da passiert ist. Das wird eine interessante Geschichte heute. Die 8-jährige Johanna Bohnacker aus der Wetterau kommt im September 1999 nicht mehr vom Spielen zurück. 7 Monate später wird ihre Leiche, 90 Kilometer entfernt, in einem Waldstück gefunden. Jahrelang wissen die Eltern nicht, was mit ihrem Kind passiert ist. Sie kennen nicht einmal den Todestag von Johanna. 2017 fällt aufmerksamen Bürgern der 41 Jahre alte Rick J. bei sexuellen Handlungen an einer Jugendlichen auf. In kriminalistischer Feinarbeit überführen Polizei und Staatsanwaltschaft ihn schließlich wegen des Mordes an Johanna. Das Landgericht Gießen stellt in seinem Urteil fest, er hat das Kind beim Spielen überwältigt, mitgenommen und den Kopf mit Klebeband umwickelt. Aus sexuellen Motiven. Rick J. wird wegen Mordes, versuchter sexueller Nötigung und Kinderpornografie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Ja, der eine oder andere hat das wahrscheinlich auch mitbekommen, zumindest in Hessen war das sehr, sehr prominent in den Medien. Und wir können mal ganz kurz euch ein bisschen Insights geben, was hier so passiert. Wir haben vor der Sendung diskutiert und es gab Streit im Team Chronologie tatsächlich. Heike hat gewonnen. Ich wollte das anders aufbauen. Ich wollte an dem Tag einsetzen, wo er erwischt worden ist, jetzt neu. Okay, du hast aber gesagt, nee, dann verpassen wir zu viel, weil die wirklich krassen Storys sind am Anfang oder dazwischen passiert. Und ich habe gesagt, Heike, du hast gewonnen. Also Heike ist jetzt quasi der neue Chef im Team Chronologie. Gucken mal, wo uns das hinführt, Heike, aber dann machen wir es doch so. Dann ist es aber der Tag, wo sie verschwindet. Ja. So, das heißt, der Tag, ich kann mir das vorstellen. Wir haben es gehört, die ist beim Spielen, das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Tag. So, die kommen zum Essen wieder nach Hause. So ist es. Es ist ein ganz normaler Sommertag im September 1999, nämlich genau der 2. September 1999 und Johanna, 8 Jahre alt, ist zum Spielen. Vielleicht müssen wir uns dazu immer vorstellen, das Ganze spielt auf dem Dorf, nämlich in der Wetterau in der Nähe von Frankfurt. Ich war dort, ich habe mir das angeschaut. Diesen Ort dort, das ist ein Idyll. Das ist so, das ist, glaube ich, eine der schönsten Seiten der Wetterau. Ich war an einem sonnigen Tag da. Ich gebe es zu, damals fuhr ich Cabrio und bin mit meinem Cabrio da hingefahren. Und das hat schöne Gefühle gemacht. Aber gleichzeitig, wenn du dann dort bist und weißt, hier ist ein Kind verschwunden, das umgebracht worden ist. Und zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich dort war, war der Mörder noch nicht gefasst. Ich war dort, weil ich ein Feature, das ist eine lange Reportage darüber, machen wollte, wie geht es eigentlich Eltern, deren Kind verschwunden ist und die nichts wissen. Gar nichts. Nicht einmal den Todestag ihres Kindes. Und deswegen war ich dort und deswegen wollte ich ein Gefühl für diesen Ort bekommen. So, das war jetzt die lange Antwort auf die Frage, wann ist das passiert? 2.09.99 Uhr, abends, kurz vor 18 Uhr, 17 Uhr ungefähr. Okay, das heißt, ich kam dann einfach nicht nach Hause. Die ist raus, hat gesagt, hier, wir gehen draußen spielen, hier ist schön. Das ist natürlich, wie du hast es schon beschrieben, alleine der Moment schon, ohne diese Ungewissheit, die danach kommt, der Moment ist ja schon ziemlich hart. Zu denken, okay, das kommt nicht nach Hause. Was macht man denn dann? Ich weiß gar nicht, wie ist es? Dann sucht man sein Kind. Man sucht das erstmal selber, weil es gibt nicht irgendwelche Regeln, dass man vermissten dann zeigen, erst ab gewissen paar Stunden oder wie macht man das dann? Also gehe ich dann, weil das Ding ist ja, in dem Moment weiß ich gar nicht, ob du so ein Bewusstsein für die Dramatik dieser Situation noch hast. So, mein Gott, da kommt es mal eine halbe Stunde zu spät und selbst wenn es eine Stunde ist, dann ist sie noch zu einer Frau. Keine Ahnung, was man sich alles im Kopf ausmalt. Also ab wann waren denen denn bewusst, okay, hier ist es richtige Scheiße? Na, ich vermute mal spätestens ab dem nächsten Tag. Nee, eigentlich schon früher, eigentlich schon früher. Nein, am 8-Jährigen glaube ich nicht, dass sie irgendwo übernachtet. Nee, zumal Vater und eine der Schwestern, Johanna hat zwei Schwestern, Vater und die eine Schwester finden das Fahrrad von dem Mädchen an einer Bank. So, und jetzt kann es sein, dass das Kind in den Bach gefallen ist, sich verlaufen hat oder sonst irgendwas sich verlaufen ist. Relativ unwahrscheinlich, weil die kannte sich ja aus. Und dann geht die Suche los am Tag danach. Also das heißt, die sind sofort zur Polizei gegangen. Kinder, wie man sich das vorstellt, die durchkämmen dann, wie man diese Bilder hat. Ja, 200 Beamte, die Nachbarn, Freunde, die Freiwillige Feuerwehr, da waren alle unterwegs. Das ist ein 500-Seelen-Dorf. Und dann haben die, weil dann, eben, das meine ich ja, wenn man die dann nicht findet, dann wird es ja, dann zündet ja die nächste Stufe. Dann weißt du ja, okay, scheiße, die ist wahrscheinlich hier nicht. Das Fahrrad ist aber da. Niemand findet die hier. Die können zumindest davon ausgehen, dass sie zumindest entführt worden ist. Davon sind die Eltern auch ausgegangen. Die sind ja relativ früh an die Öffentlichkeit gegangen und haben dann auch appelliert an die Entführer, denen die Entführer ihres Kindes und haben, die Eltern sind extrem beeindruckend, schon damals gewesen und sind es für mich jedenfalls bis heute geblieben, Die haben dann auch vorlaufenden Kameras sehr deutlich gesagt, was sie vermuten, nämlich, dass das Mädchen irgendwo festgehalten wird, wahrscheinlich zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gezwungen wird, also, keine Ahnung, irgendeinem Kinderporno-Ring in die Finger gefallen ist und so. Jetzt überleg dir das mal, du bist Eltern von so einem Kind, du hast diese Angst, dein Kind ist nicht da und du bist in der Lage, sowas zu formulieren. Das hat, finde ich, beweist große Stärke. Vielleicht schaltet man auch in so einen Autopiloten-Modus, weil man denkt, wir müssen jetzt so pragmatisch wie möglich hoffen, dass da irgendwie irgendjemand das sieht oder keine Ahnung und dann, weiß ich nicht, weich wird. Ja, der Vater hat mal zu mir gesagt, rumsitzen ist nicht, also ... Diesen Impuls meinte ich gerade mit Autopilot, weil nur warten ist wahrscheinlich dann auch für einen selber, da geht die Zeit erst recht nicht um. Ja. Aber gut, ich bin safe nicht in der Lage, mich da rein zu versetzen, das gebe ich zu, aber ich stelle es mir halt richtig unangenehm vor, zwischen warten und selber was tun, aber so wirklich was tun kannst du dann nicht und so weiter und so weiter. Wann kam denn der Zeitpunkt, als diese intensive Suche, weil ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag intensiv suchen, wann ist das denn ausgefailt, zu sagen, okay, scheiße, das geht jetzt in den Status einer vermissten Person, aber wie kann ich mir diese Zeiträume überhaupt vorstellen? Die sind ja relativ kurz, also weil irgendwann ist klar, selbst wenn du dieses Kind jetzt noch draußen finden würdest, dann hat das ja keine Chance mehr, das wissen wir aus anderen Fällen ja auch. Aber bei der Entführung vielleicht schon. So, bei der Entführung schon, ja, nur, du brauchst ja Ermittlungsansätze und die gab es nicht. Es gab einen, doch, es gab einen, den sogenannten Jetta-Zeugen. Ein Mann, ein Kfz-Mechaniker, das spielt deshalb eine Rolle, die ganze Zeit in diesem ganzen Verfahren über, weil natürlich ein Kfz-Mechaniker in der Lage ist, Autos besser zu erkennen als zum Beispiel ich. Ich glaube, ich könnte dir nicht, keine Details von irgendwelchen Autos sagen, außer der Farbe vielleicht, ja. Und wenn ich Glück habe, erkenne ich auch, welche Marke das ist oder so. Also deswegen spielt das eine Rolle. Und der war unterwegs und der hat um, das konnte er sehr genau sagen, weil er es eilig hatte. Und um 17.23 Uhr sieht er einen braunen Jetta. Wir wissen heute, das war der Täter und das war auch das Auto. Und dieses Auto fährt so langsam, dass er, der es eilig hat, deswegen kann er sich daran auch noch so gut erinnern, das nervt ihn. Und dann überholt er diesen Jetta und guckt in dieses Auto rein. Und wie wir heute wissen, hat er den Mann gesehen. Den Mörder von Johanna hat er gesehen. Und er beschreibt einen Mann und es gibt dann später auch ein Phantombild. Das ist ein Mann mit einem Pferdeschwanz. Ich habe ja nur diesen Mann dann viele, viele Jahre später vor Gericht gesehen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass der 18 Jahre vorher oder 19 Jahre vorher genau so ausgesehen hat. Also der sieht den. Daraufhin prüft die Polizei 500 Autos plus Halter, also alle Jetta-Fahrer in der Umgebung. Und jetzt passiert was wirklich Schreckliches. Ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Weil ganz im Ernst, für mich klingt es jetzt so als Laienermittler. Jetzt haben wir es. Brauner Jetta, lange Haare. So, what are the odds, zu denken, ja, es gibt 7000 braune Jetta-Fahrer, die lange Haare haben, weiß ich nicht. Also für mich klingt es eigentlich so, wenn ich die Eltern gewesen wäre, würde ich denken, ja, ach, guck mal hier, wir haben einen langhaarigen, der im braunen Jetta fährt. Lass das in die Öffentlichkeit sagen. Irgendjemand wird safe wissen, wer es ist. Sie haben den auch gehabt dabei unter den Jetta-Fahrern, aber in der Garage steht kein brauner Jetta, sondern ein blauer Jetta. So, und damit galt diese Spur und der sagt, nö, war ich nicht, nö, 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 war woanders. Und der ist blau. Jetzt muss ich fragen, weil der blau war oder hat er den braunen Umlack gekriegt? Nein, der war blau. Offensichtlich hat der Kfz-Mechaniker sich in der Farbe geirrt. Aber das müssten ja Polizisten eigentlich mit in ihre Rechnung einbauen. Haben sie wohl auch. Sie sagen aber, es hat keine weiteren Ermittlungsansätze gegeben und damit war die Spur vorbei. Wir dürfen nicht vergessen, hinterher ist man immer viel schlauer. Ja, natürlich, wahrscheinlich, weil du kannst jetzt auch nicht jeden langhaarigen Jetta-Fahrer in Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, hinterher so... Trotzdem, es ist natürlich fatal. Es ist fatal, es hätte dem Mädchen das Leben nicht gerettet. Also ehrlich gesagt, in mir löst das richtige Beklemmung aus. Zu denken, der ist schon da, die waren schon bei dem. Und dann sagt er, nö. Weißt du jetzt, warum ich diese Chronologie wollte? Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich wusste von der Spannung, die da drin liegt. Und also Spannung, ich meine, ja, das ist, für uns ist das spannend, für Eltern ist das eine Katastrophe. Also ich bin jetzt noch in dem Elternmodus, muss ich sagen. Ich stelle mir jetzt, probiere es mir vorzustellen, bin in der Situation, dann höre ich das, oh, Jetta lang, ah, geil. Wahrscheinlich kriegen die den. Weil ich glaube schon, dass du so einen Impuls hast, zu denken, okay, ich will das da irgendwie... Selbst wenn ich irgendwann nach einer gewissen Zeit davon ausgehe, kriege ich es wahrscheinlich tot. Würde ich gerne wissen, wann und wie und warum. Bis die Leiche gefunden wird, hast du, glaube ich, immer noch Hoffnung. Du hast Hoffnung, dass sie in Anführungsstrichen nur, aber wirklich nur in Anführungsstrichen... Das ist ja aber eine philosophische Frage, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden würde, aber glaubst du, dass Gewissheit oder Unsicherheit besser ist? Gewissheit. Auch wenn die Gewissheit dann heißt, dass sie tot ist? Okay. Weil du hast keine Chance zu verarbeiten sonst. Wie willst du die denn haben, wenn du so viele offene Fragen hast? Ja, ja, wie gesagt, sorry, dass ich das überhaupt aufgemacht habe, aber du hast es schon angesprochen. Die finden die ja irgendwann, in diesem Monat. Irgendwann habe ich ja gesagt, die Suche appt wahrscheinlich ab, ist halt auch so. So ist es. Und dann wird die halt, von wem und wann? Dann sind es Spaziergänger, die Teile einer Mädchenleiche finden. Weil das ist sieben Monate später. Es ist in... Das Ganze ist ja in der Wetterau passiert. Da ist sie verschwunden. Und gefunden wird sie in Alsfeld. Das sind circa 90 Kilometer weit weg. Okay. 90 Kilometer weit weg in einem Waldstück, direkt an der Autobahn. Das sage ich deshalb, das betone ich deshalb, weil wir werden ja nachher uns bestimmt noch mal ein bisschen über diesen Typen unterhalten. In meiner Chronologie hätten wir das jetzt schon gemacht. Nein, Spaß. Ja, erzähl. Über Autobahn, ja. Und jemand, die Leiche eines Menschen, den ich getötet habe, ablegen in einem Waldstück direkt an der Autobahn. Da muss ich mich sehr sicher fühlen oder ich habe es furchtbar eilig. Sonst verstecke ich doch jemanden. Ich verstecke doch eine Leiche. Ich lege die doch nicht da so hin. Ich kann keine Erklärung dafür bieten. Das kann ich vorne wegnehmen. Hat er auch nicht. Nein, weil wir wissen nicht, warum fährt der mit dieser Kinderleiche dahin und warum legt er die 90 Kilometer entfernt in den Wald? Er hat keine Erklärung dafür geliefert. Wie hat man herausgefunden, dass sie das ist? Du hast gesagt Teile. Waren das dann wenigstens Teile, wo man sich das einfordert? Es war keine DNA mehr nachweisbar, aber es ist ihre Hose gefunden worden. Es ist ihr auffälliges T-Shirt gefunden worden. Die armen Eltern mussten das identifizieren. Und vor allen Dingen ist gefunden worden, ihr Schädel. Und um diesen Schädel waren 15 Meter Klebeband. Also wir stellen uns einen Kinderkopf mal vor. 29 Mal ist dieses Kind umwickelt worden mit Panzerband und mit braunem Paketklebeband. Das wird nachher alles noch eine Rolle spielen bei der Aufklärung dieses Falles. Weil Klebeband ist ein guter Spurenträger. Das heißt, da bleiben Fasern dranhängen. Und so gibt es zwei Spuren, die am Ende ganz wichtig geworden sind. Die sogenannte Klebebandspur 11. Das ist der Teilabdruck entweder eines Fingers oder einer Hand. Das ist eben nur so ein Teil, dass man überhaupt nicht sagen konnte, was es war. Also es ist nicht der Fingerabdruck, wo man denkt, okay, gehst du in die Datei, hoffst, dass der Typ mal aufgefallen ist und dann hast du ihn. So war es eben nicht. Es war zu wenig dafür. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist das Jahr 2000. Die Kriminaltechnik war noch nicht so weit wie heute. Gut, dass du mich mit der Frage jetzt ablenken kannst. Weil diese Klebeband-Sache hat mich jetzt ein bisschen fertig gemacht gerade. Aber ab wann war eigentlich, weil du hast gesagt, DNA-Spuren, hätten die überhaupt schon was mit diesen DNA-Spuren anfangen können? Ja. Ab wann war das denn? Oh, das weiß ich nicht auswendig, aber ich weiß, dass es damals schon war, weil da spielte es schon eine Rolle. Okay, es gab eine Datenbank. Ja. Das heißt, die hatten damals schon, das heißt, das ist nicht, weil entweder könnte man ja auch denken, dass das so ein Fall ist. Der wird erst im Nachhinein aufgeklärt, weil die Technik dann irgendwie mitgewachsen ist. Ja, so ist es in diesem Fall tatsächlich, aber es hängt nicht mit der DNA zusammen. Okay, das heißt, diesen DNA-Kram, von wegen, was wir schon mal hier bei uns in irgendeiner Folge hatten, wo ich gefragt habe, hier, wie ist es überhaupt mit diesen Cases, wo du plötzlich viel mehr Möglichkeiten hast, das ist nicht so einer. Nein. Das heißt, es wäre zu den Zeitungen schon möglich gewesen, wenn DNA von dem irgendwo gespeichert gewesen wäre und DNA-Pater gefunden wäre, zack, bam, tschau. Okay, das heißt, warum ist das hier gescheitert? Weil es von dem halt keine DNA gab. Weil es nur diesen Teil, Finger oder Handabdruck, das wusste man da nicht. Aber es gab keine DNA von ihm? Das hat nichts geholfen, es war zu wenig. Der Abdruck war zu wenig. Okay. Der Abdruck war viel zu wenig. Der war schon aufgefallen. Der ist immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aber das hilft nichts. Zu dieser Zeit, später wird es dann anders, aber zu dieser Zeit, nämlich im Jahr 2000, diesen Teil Finger oder Teil Handabdruck, die wussten nicht, was es ist. Das hat halt nicht gereicht. Jetzt kommen wir aber dann doch dahin, dass es quasi durch eine Weiterentwicklung der Technik irgendwann gereicht hat. Ja. Also das hatten sie und sie hatten Teppichfasern. Und sie haben auch die richtigen Schlussfolgerungen damals gezogen. Sie haben nämlich gesagt, ah, das sind Teppichfasern und zwar viele Acrylfasern, also zum einen Teppichfaser, wie man es im Kofferraum hat. Die sind da so verkleidet, die Kofferräume. Und sie haben viele Acrylfasern gefunden. Und auch da haben sie gesagt, ah, das passt zu diesen Autoschonbezügen, die du da auf den Sitzen hast. Aber, um das zuzuordnen, brauchst du ein Gegenstück. Also du brauchst ja irgendwas, um zu sagen, ah, das gehört hierzu. Ja. Ja, vielleicht mal bei den Jetta-Fahrern nachfragen. Also die Polizei hat jedenfalls seinerzeit das Unterholz durchsucht. Es hat wieder eine Reihen, es hat jede Menge Reihenuntersuchungen in Bobenhausen, also in diesem Dorf, in der Wetterau gegeben. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass auch die Eltern in Verdacht geraten waren. Und dass damals bei einer dieser Reihenuntersuchungen eben auch Richard Bodenacker, der Vater von Johanna, hingegangen ist und gesagt hat, so, damit jetzt endgültig, auch das sagt er auch in Fernsehkameras, so ungefähr, dass jetzt mal Schluss ist mit diesen Verdächtigungen, ja. Hat der eben da auch, hat der eben auch da Fingerabdrücke, Handabdrücke, die haben dann die ganzen Hände und so genommen, abgegeben. Und der Typ, aber der Täter war nicht dabei, weil der woanders gewohnt hat? Ja. Okay, das heißt, da war das Raster nicht weit genug. Du hast den Vater angesprochen. Wir hören uns mal den Vater einfach an, wie das, der Vater ist jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar verstorben? Ja. Bevor der Täter gefasst worden ist. Bevor der Täter gefasst worden ist. Wir hören mal an, wie der sich damals gefühlt hat. Ja, solange der Mörder mit unserer Tochter immer noch frei rumläuft, da kann keine Ruhe sein. Es darf nicht sein, dass der zu Hause sitzt und mit seinen Kindern Weihnachten feiert, wenn er welche hat, oder geht seine Arbeit nach, fährt in Urlaub. Grüßt mich vielleicht jeden Tag, wenn er mir vorbeifährt. Das darf einfach nicht sein. Er hat meine Tochter umgebracht und dafür muss er. Seine Strafe kriegen, ja. Es wird unsere Tochter nicht zurückbringen, aber es wäre einfach nur eine Form von Rare. Mehr einfach nicht. Ich will nicht, dass er draußen rumläuft. Schluss, aus. Er kann nicht mehr an ein anderes Kind gehen, er kann nicht mehr arbeiten gehen, er kann nicht mehr einkaufen gehen, er kann nicht mehr Urlaub machen. Nein, er ist einfach weggeschlossen und das möglichst lang, eigentlich sein Leben lang. Das wird mir so richtig gut gefallen. Das wäre gut so. Da wäre ich dann ganz zufrieden. Und das Kind kommt nicht mehr wieder, aber so oder so. Er sollte auch nicht draus rumlaufen. Ja, ähm, wir sind immer noch in dieser Zeit, wo die Ungewissheit ist und das fällt mir echt schwer, weil das beklemmt mich weiterhin zu denken, dass du sagst, nicht nur, dass sie nicht wissen, was passiert ist, dass sie wahrscheinlich auch wissen, dass die Tochter nicht mehr wiederkommt, aber jetzt sind die plötzlich auch noch verdächtig. Ich weiß nicht, ob das bei mir ein Punkt wäre, wo ich komplett ausrasten würde, weil ich wahrscheinlich auch unfairerweise der Polizei unterstellen würde, dass die nicht genug machen. Ich glaube, das ist so ein Impuls, den man dann wahrscheinlich kriegt. Also diesen Vorwurf haben die Eltern auch erhoben, viele Jahre später, als ich dieses Interview geführt habe, aus dem wir eben diesen Ausschnitt gehört haben, das war im Jahr 2012, da haben sie tatsächlich den Ermittlern vorgeworfen, die machen nichts. Die warten halt, dass sich irgendwann mal, das hat der Vater auch mir im Interview gesagt, die warten halt drauf, dass irgendwann der Täter sich mal äußert und anruft und sagt, hier, ich war's. Sowas gibt es ja tatsächlich, Leute, die dann sagen, so, jetzt räume ich mal auf in meinem Leben. Dieser Mann hätte es garantiert nie getan, nie getan. Also da hätten sie, da hätten sie für immer warten müssen. Das Schlimme ist ja, dass der Vater nicht erlebt hat, wie der Täter dann gefasst worden ist. Ich hätte es ihm gewünscht, weil nicht, dass ich sowas wie Rache oder Ähnliches befürworten würde, aber mir hat sehr imponiert, wie offen er darüber geredet hat und wie er das gesagt hat. Mir hat überhaupt diese Familie sehr imponiert, wie sie damit umgegangen ist. Und diese Familie hat eben einfach auch immer, die hat immer auch dieses, wie will ich das formulieren, einfach, die hat die Johanna lebendig gehalten. Ja, man kannte dieses Mädchen, man kannte diesen Namen. Die haben dann selber Aufrufe gestartet, die sind, und das sind keine mediengeilen Leute. Die haben das wirklich gemacht, weil sie den Mörder ihrer Tochter gesucht haben. Du hast Aufrufe gerade erwähnt. Wir haben auch einen Brief, den hast du damals für dein Feature nachlesen lassen. Den haben die Eltern quasi dann damals veröffentlicht, um vielleicht diese Hoffnung zumindest zu haben. Nur sie, niemand anders, können uns Antwort auf diese Fragen geben. Nur sie können uns sagen, wann und warum Johanna sterben musste. Sie kennen ihr Grab. Sie wissen, dass ihr Sterbedatum fehlt. Sagen sie es uns. Sie sind doch selbst ein Mensch. Vielleicht haben sie Kinder. Wahrscheinlich Menschen, die sie lieben und die von ihnen geliebt werden. Können sie nicht nachfühlen, wie es uns geht? Sie kennen uns. Sie kennen unsere Trauer, unsere Verzweiflung. Wenn auch nicht immer alles nach außen dringt. Ja, boah, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, wahrscheinlich habe ich mich zu sehr hier reinziehen lassen, weil ich mir vorstellen wollte, wie das ist. Ich kann mir das kaum anhören, weil das ja auch die Verzweiflung einfach nochmal darstellt, die da herrscht und die ja so lange da ist. Ich habe das Gefühl, wir könnten vier Folgen alleine über diese Zeit machen, weil wir haben jetzt, die Leiche ist jetzt gefunden, wo die ist identifiziert. Gut, die wissen jetzt, dass sie tot ist, aber die wissen ja immer noch nicht, was da passiert ist. Das haben wir ja eben gehört. Was ist denn der nächste Punkt in dieser Zeitleiste, der irgendwie zumindest Bewegung bringt? Keine Bewegung. Ich will dich noch ein bisschen mehr verstören. Nämlich mit dem Jahr 2006, als die AG Chatter sagt, wir probieren jetzt hier ein neues Scan-Verfahren aus, eine neue 3D-Technik. Das ist sieben Jahre später. Und jetzt werden wieder die Halter der Chatters untersucht und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagen sie, jo, also wir gucken uns das alles nochmal an mit diesem neuen Verfahren, aber eine nicht. Und das ist genau der, das ist genau der, der sich später als der Täter entpuppt, weil, der wird nicht vorgeladen, weil sie sagen, es gibt ja Spuren, aber die sind ja nicht übereinstimmend. Also Farbe des Autos etc. Nochmal. Warum haben die den Haus geschlossen? Ja, weil sie sagen, weil, ja, genau, weil die Spuren und Ansätze, die wir haben so, das war wirklich ein fataler Fehler. Also das war wirklich ein Fehler. Also das kann ich auch nicht verstehen. Das hat selbst ich, Johnny, der sich irgendwelche Crime-Dokus anschaut, weiß, dass Zeugen, dass, also, dass da die kuriosesten Aussagen rauskommen können. Was ist das denn? Ja. Zu sagen, ah nee, braun, blau und braun, das ist dunkel. Meine Güte. Da kann ich auch nicht sagen, ja, aber blau. Ja, da kann man schon... Ganz ehrlich, ich schau dir den auch noch an. Ja. Die Zeit hast du jetzt auch noch nach sieben Jahren. Ja. Ja, aber zur, ähm, sozusagen zur Ehrenrettung der Ermittler, will ich sagen, und schlage jetzt vor, jetzt springen wir mal richtig weit vom Jahr 2006 ins Jahr 2014-15. Da sagt nämlich... Das ist ja noch aber ganz kurz, du, klar, kann ich springen, du musst mir aber erzählen, ist noch irgendwas da? Naja, also dazwischen gibt es ein Transparent nach zehn Jahren von der Polizei, das kennen vielleicht viele, das ist ein riesiges Transparent, da sieht man die Johanna drauf und da steht drunter, wo sind die Mörder gesucht seit 2009. 1999. Also ich will Ihnen zugute halten, dass Sie die, ähm, dass Sie diesen Fall nicht aufgegeben haben. Ja, ich meine, davon auch nicht. Ein Mordfall, Mord verjährt dich, wissen wir ja, und so, da ist nichts mit Akten weglegen für immer und ewig. Und Sie waren in Aktenzeichen XY. So, Jahr 2014-15 sagt die Staatsanwaltschaft in Gießen, ey, ehrlich gesagt, wir stehen vor dem Nichts. Wir haben keine neuen Spuren, wir haben keine neuen Ansätze, wir haben gar nichts. Und Sie gründen zusammen mit der Polizei im Jahr 2016 die AG Johanna und sagen, wir brauchen einen frischen Blick auf die alten Spuren. Und es hat dann auch zwischenzeitlich einen Wechsel in der Staatsanwaltschaft gegeben. Das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich hätte nämlich auch gedacht, wenn du dann so, wenn du dann alle Jahre da drin bist, bist du vielleicht auch einfach zu sehr, also dann, das ist ja gar nicht böse gemeint, das ist ja menschlich, glaube ich. Also das, wenn Leute irgendwie ständig irgendwie da beschäftigen. Also was Sie gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz klug. Sie haben die Ursprungsleute, also sozusagen die alten Ermittler, gemischt mit neun Jungen. Und ich glaube, was wirklich klug war, war einmal die Besetzung sozusagen des Staatsanwalts, dem ich wirklich abnehme, dass er den Mörder von Johanna finden wollte und letztlich auch gefunden hat, plus eine Ermittlerin, eine Kriminalhauptkommissarin, die finde ich unglaublich beeindruckend, diese Frau. Weil die eine Mischung ist aus unglaublich empathisch, die versteht auch, was da bei den Eltern ist und wie das ist. Die hat vor allen Dingen, das wird man später noch merken, ein Gefühl dafür, wie man Menschen vernimmt. Und die überlegt sich vorher, wie gehe ich da rein, wie nehme ich den fest, was löse ich aus, wenn und ich brauche, in dem Fall war es dann sehr wichtig, dass man die Aussage bekommt und so. Du erzählst das so, als wäre das nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie andere sind. Da ist es mir extrem aufgefallen. Ich will keinem Mordermittler unterstellen, dass er für sich empathielos ist und da rein stolpert irgendwie. Keine Ahnung. Nur fällt mir auf, dass diese Frau also in einer Form sich Gedanken macht, wie ich das von einer Kriminalhauptkommissarin nicht für selbstverständlich halten würde. Also ich fand das sehr auffällig. So, und leider stirbt dann Richard Bohnacker und erlebt das nicht mehr, was dann passiert. Nämlich, die gucken sich die Akte an und was die macht ist, die hat einen totalen Lebenslauf. Dann, also der, ne, eins vorneweg, der fällt auf. Dieser Typ, der taucht immer wieder auf. Der hat einen Chatter, der ist vorbestraft, der ist auch einschlägig vorbestraft. Wegen was aber? Der, 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 vorbestraft ist der wegen so Drogendelikten und so einem Kram. Aber, aber, der ist immer wieder aufgefallen, immer wieder aufgefallen, weil immer was mit Mädchen war. Aber, da konnte man ihm nie ein Sexualdelikt nachweisen, weil er immer irgendwie gestört worden ist. Zum Beispiel ist er über ein achtjähriges Mädchen mal auf der Straße hergefallen. Und da ist er aber gestört worden von Fahrradfahrern, die haben ihn vertrieben. Und dann hat er eine Elfjährige, ist er im Drogenrausch wohl offensichtlich halbnackt, auf so eine Elfjährige losgegangen. Da ist dann der Vater eingeschritten und der Nachbar, da konnte man ihm auch nichts nachweisen. Man kann jemandem nicht nachweisen, also man kann jemandem nichts nachweisen, wenn ich im Drogenrausch auf eine Elfjährige losgehe. Doch, du kannst ihm schon was nachweisen, aber was? Dass er auf eine Elfjährige losgegangen ist. Ja, aber vielleicht ist es einfach ein Verrückter und das ist kein Kinderschänder automatisch. Nee, ich meine nicht, die Verbindungen nicht herstellen, klar, aber zumindest wissen, okay, der Typ hat nicht nur was mit Drogen zu tun. Ja, das schon. Das muss ja irgendwo festgehalten werden. Wenn ich jetzt rausgehe und gehe besoffen auf eine Elfjährige los, hoffe ich, dass das irgendwo steht. So ist es ja auch. Und der Polizistin ist es ja auch aufgefallen. So. Ja, also die gucken alles nochmal neu an. Die haben die ganzen Akten digitalisiert. Offensichtlich macht das einen Unterschied. Natürlich, du kannst ja dann viel besser durchsuchen. Du guckst dir die anders an und sie haben wohl auch wirklich jeden Post-it, jeden Zettel haben sie digitalisiert und haben es nochmal komplett neu angeguckt. So, als wären diese Spuren komplett neu. Und jetzt stellt diese Polizistin fest, hä, da taucht immer dieser Typ auf. Der taucht auf, weil er einen Jetta hat. Kann ich mal jetzt kurz was fragen? Was hab ich ganz heute im Kopf? Wie weit entfernt hat der gewohnt? Äh, also ich sag's mal so. Du kannst es auch eingrenzen. Du musst es mir helfen. Also, der hat in Friedrichsdorf gewohnt. Gut, das ist in der Nähe. Na ja. Nicht ganz in der Nähe, aber es ist nicht so, dass der irgendwo in Augsburg gewohnt hat. Nein, aber du musst schon ein Stück fahren. Ich meine, wir sind hier in der tiefen Wetterau. In der Wetterau, ich weiß, aber ich wollte jetzt nur wissen, ob das, also ich wollte es gar nicht so detailliert wissen, ob es jetzt 78 Kilometer oder 112. Aber es ist zumindest im Umkreis. Also, wir bewegen uns in Hessen, ja. Sagen wir es mal so. Okay, das heißt, und diese Ermittlerin hat jetzt festgestellt, dass der durch dieses neue Ding immer wieder, zumindest könnte man denken, hm. Der taucht immer wieder auf. Zumindest blöd, dass wir den damals bei diesem 2006er-Ding nicht reingenommen haben. Ja, die hat ein Bauchgefühl und sagt, ich habe ein Bauchgefühl, aber ich habe keine handfesten Beweise. Und dann baut die so einen Lebenslauf. Von dem? Von dem. Schreibt sie das so auf und guckt sich das so an. Also, sie lernt ihn kennen. Sie nähert sich diesem Typen an. Also, wie wir heute wissen, hat sie alles richtig gemacht. Ja, hat sie alles richtig gemacht. Und jetzt haben wir den August 2016. Und jetzt passiert Folgendes. Wieder in der Wetterau sieht ein Jagdpächter und ein Anwohner sehen einen nackten Mann, der mit einer knienden, gefesselten 14-Jährigen, die nur eine Unterhose trägt. Und die gehen da Gott sei Dank hin und sagen, was ist denn hier los? Dann sagt die 14-Jährige und auch der Mann hier, alles einvernehmlich. Aber die lassen nicht locker. Dann wird der Name festgestellt. Es wird ein Verfahren gegen den eingeleitet, wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen. So, und Gott sei Dank geht die Polizei her und durchsucht ihm die Wohnung. Jetzt sind wir Anfang 2017. Und jetzt muss man eins sagen, Gott sei Dank ist der Typ Messi. Und Messis machen eins, die schmeißen nix weg. Und deswegen kannst du bei dem noch viel finden. Und was sie dort erstmal finden, sind... Sind die mit der Intention da reingegangen, okay, das könnte damit im Zusammenhang stehen? Oder würde die Wohnung sowieso nicht sucht? Ja. Das heißt, die sind nicht da reingegangen, wir gucken jetzt hier nach Bohnacker beweisen. Nee. Sondern die sind reingegangen, Gott sei Dank, weil man denkt hier, safe ist mit dem, was nicht ganz in Ordnung ist. So ist es. Und dann stellen die sicher Speichermedien und Handys und finden darauf sieben Terabyte Kinderpornografie. Ich habe es mir ausrechnen lassen. Das ist, wenn du ein Jahr lang ununterbrochen HD-Videos guckst. So viel ist das. Das hat der da. Kinder und Jugend... Kinder und... Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen, deswegen habe ich nachgefragt und habe es mir erklären lassen. So, das finden die da... Sieben Terabyte Kinderpornografie, Videos und Bilder. Ja, und pass auf. Und außerdem finden sie, neben Kinder- und Jugendpornos und so Fäkalien-Scheiß, finden sie... Fäkalien-Scheiß, so gut. Finden sie eine blaue Kiste auf dem Dachboden und in dieser Kiste ist Klebeband und es sind Seile. Und jetzt, diesmal werden die richtigen Rückschlüsse gezogen. Diesmal sagen die, Moment mal, Klebeband Johanna Bonacker. Krass, ehrlich gesagt. Weil das, ich weiß gar nicht, ob mir das direkt aufgefallen wäre. Klebeband ist jetzt nicht so ein Special-Ding, wo ich denke, das ist der einzige Mord mit Klebeband. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass für mich der Jetta und diese langen Haare ein bisschen kräftiger gewesen wären. Aber gut, ist ja auch egal. So, und die Soko Johanna, die konzentriert sich jetzt auf diesen Typen. Und was die machen ist, sie observieren ihn. Das ist ein Riesenaufwand, das kostet Unmengen an Personal. Mit welcher Intention? Weil sie glauben, das ist er jetzt. Ja gut, aber ich kann ihn ja observieren. Was für Beweise liefert mir diese Observation 2017 für einen Mord an 99? Da wird ja nicht nochmal irgendwie, keine Ahnung. Ganz viel. Ganz viel. Ja gut, aber das hat ja mit Brunacker gar nichts zu tun. Aber das lässt dich ein bisschen was über so Menschen lernen. Also zum Beispiel, dass sich so einer sicher fühlt. Ich bitte dich, wenn du mit sowas erwischt wirst. Nein, nein, ich weiß. Dann räumst du entweder mal in deinem Leben auf. Oder aber... Jetzt muss ich eh fragen, warum konnten die ihn überhaupt observieren? Es hat ja keine Strafe bekommen. Nein, 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 nein. Die haben doch den richtigen Schluss gezogen. Also sie haben diesen Maisfeldfall mit dem 14-jährigen Mädchen. Sie finden sieben Terabyte plus Klebeband und sagen, Moment, das ist der Jetta-Fahrer. Und dann kann man den noch quasi zappeln lassen oder was? Weil eigentlich müsste doch für die sieben Terabyte auch irgendwelche... Ja, da läuft halt dann ein Verfahren so. Okay, und während dem Verfahren ist er frei? Ja, klar. Ja, klar. Wenn bei mir sieben Terabyte Kinderpornografie gefunden werden, und ich in einem Feld eine 14-Jährige irgendwie gefesselt habe, dann kann ich weiterhin rumlaufen und warten, bis mein Prozess anfängt. Muss ich so akzeptieren? Das heißt, die haben während dieser Observation gesehen... Auf den gilt die Unschuldsvermutung. Es fällt uns schwer, aber es ist so. Aber was ist das für eine Unschuldsvermutung, wenn ich die mit einer 14-Jährigen am Feld finde? Was ist eine Unschuldsvermutung, wenn er sieben Terabyte Kinderpornografie hat? Was ist denn da noch der Zweifel? Egal. Boah, ist das anstrengend, Alter. Ich darf den Fehler nie mehr machen, dass ich probiere, mich da rein zu versetzen. Weil ich bin immer noch irgendwie in diesem Modus, okay, dieses Kind bedeutet mir irgendwas. Das ist ja unaushaltbar. Also weißt du, Basti... Da läuft der rum. Wir probieren es jetzt noch mal. Dieser Fall ist, ja, du hast ja vorhin gesagt, ein besonderer Fall für mich. Und tatsächlich versuche ich, wie du merkst, diesen Fall aus Sicht dieses Kindes und dieser Eltern zu erzählen. Sonst gucke ich immer auf die Täter. Ja, ich glaube, das macht mich gerade fertig. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Doch, doch, das kriegen wir hin. Das ist so wütend. Das macht so wütend. Ich glaube, ich würde hier auch verhaftet werden, wenn alle Fantasien, die ich in meinem Kopf habe, was ich mit dem Typ machen würde, jetzt hier erzählen würde. Also die haben es doch gut gemacht. Sie holen, so, sie gehen jetzt her und... Observieren den. Observieren den. Und der googelt Johanna Bohnacker, und der lässt nichts verschwinden, weil der Typ fühlt sich erstens sicher, zweitens ist er ein Messi. Dann gehen Sie rein und holen diese Kiste und untersuchen diese Spuren und finden Faserspuren von Johanna bei ihm. Nämlich, ne? Der wohnt übrigens immer noch in derselben Wohnung. Also das war auch viel Glück, ja? Und jetzt gehen Sie her und untersuchen mit einer neuen Methode, weil du es vorhin gefragt hast. Diese Spur 11, Teil, Hand, Fingerabdruck. Und untersuchen das jetzt natürlich mit Blick auf den, ja? Und siehe, da es passt. Gut. Und jetzt haben wir den 25.10.2017. Das ist was? Das ist der Tag der Festnahme. Das heißt, Sie gehen rein, sagen hier, wir haben jetzt genug. Also das ist quasi, jetzt kommt, jetzt ist wieder dieser Fall, den ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit 50 plus 1 ist, dass der Vorteil wird. Nee. Einhand der Beweise. Nee, 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 so weit sind wir noch nicht. Gar nicht. Nee, das ist der Moment, wo du von den ... Untersuchungshaft ist ja nur, um das Verfahren sicherzustellen. Also was ist denn, da habe ich es jetzt komplett falsch verstanden, was ist der 25.10. für den Tag? 25.10.2017 ist der Tag, wo Sie von den sozusagen von den verdeckten Ermittlungen in die offene Phase gehen der Ermittlungen. Also da gehen Sie hin und nehmen ihn fest. Vorher haben Sie ja verdeckt ermittelt. Der wusste ja nicht, dass Sie ihn beobachtet haben. Das nehmen heißt, die klopfen bei dem und sagen, komm mit. Ja. Was passiert dann mit dem? Und dann, Sie klopfen an, auch da muss man sagen, da kann man diese Ermittlerin gar nicht ... Also ich finde das so toll von der. Also die plus Staatsanwaltschaft, plus die anderen Beamten überlegen, wie machen wir das jetzt? Ja, der Typ ist vielleicht gefährlich. Donnern wir da mit dem SEK rein? Oder klopfen wir an und sagen, hallo, hier ist die Polizei, wir wollen Sie jetzt gerade mal festnehmen. Sie haben sich für die zweite Variante entschieden, weil Sie sagen, das ist so ein Typ, der will immer Kontrolle behalten. Und wir brauchen von dem ein Geständnis. Wir haben zwar viele Hinweise, aber wir wissen ja immer noch nicht, was er mit dem Mädchen gemacht hat. Und wir brauchen eine Aussage von dem. Also es ist keine gute Idee, da reinzudonnern und den herauszuzahlen. Ich finde das total klug und ich freue mich, dass sich die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft solche Gedanken machen. Also das machen Sie. Aber was ist denn der offizielle Modus in dem, der sich befindet? Der wird jetzt verhaftet und dann ist der ... Der wird festgenommen und ist ein Beschuldigter. Und kommt wohin? Dann kommt er erst mal mit zur Polizei. Und irgendwann muss er zum Haftrichter. Also im Laufe der nächsten 24 Stunden muss er zum Haftrichter. Weil du kannst die Leute nicht ewig behalten. Und dann entscheidet ein Ermittlungsrichter. Das ist dann wie so ein Miniprozess. Da wird er dann auch noch mal gefragt. Und dann entscheidet der, die Ermittlungsrichterin, ob er in Untersuchungshaft kommt. Und das muss die Staatsanwaltschaft vorher beantragen. Gut, da ist er dann. Da ist er dann. Wie lange? Na, bis zum heutigen Tag. Also nicht immer in Untersuchungshaft. Mittlerweile sitzt er in Strafhaft. Das meine ich. Wie lange hat es dann gedauert? Also was wurde dann noch unternommen, in der Zeit, wo er in Untersuchungshaft ist, zum Prozess dann? Dann haben die nebenan eine leerstehende Nachbarwohnung gemietet. Und haben sämtliche Spuren, mögliche Spuren, Faserspurenverursacher, haben sie gesucht. Ja, sie mussten das doch abgleichen. Sie hatten diese Faserspuren. Sie haben dann diese Schonbezüge von den Autos gefunden. Und dann passte das halt immer mehr. Dann haben sie Aufzeichnungen gefunden auf der Schulzeit, wo er sich über seine sexuellen Präferenzen ausgelassen hat, die du, glaube ich, nicht wissen möchtest. Und dann kam eben, dann kam das Klebeband mit den Faserspuren und das passte eben. Gut. Waren das, du hast vorhin gesagt, die wollten ein Geständnis, haben das bekommen? Ja. Also ein Teilgeständnis. Hätte das auch ohne Geständnis gereicht, was die hatten? Ich glaube, ja. Okay. Aber es wäre viel schwieriger geworden. Okay. Ich glaube, ja. Aber ich habe den ja auch im Prozess erlebt. Können wir da jetzt hinzukommen? Oder ist es noch zwischen Prozess und diesem Ganzen? Wir sind nah dran. Dann bringen wir uns über die Ziellinie zum Prozess. Okay, alles klar. Also der hat bei der Polizei gesagt, ja, okay. Das hat die Polizistin... Das ist ja okay. Warte, die Polizistin hat ihm gesagt, hier, die Eltern haben recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Also hat er gesagt, ja, okay, die Eltern haben recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Der hat das auch tatsächlich in dieser etwas emotionslosen Art und Weise gemacht. Und er hat gesagt, er sei dafür verantwortlich. Und dann hat er relativ nüchtern und sachlich erzählt, dass er Johanna überwältigt hat, mit Chloroform betäubt hat, dass er sie in den Kofferraum gelegt hat, dass er sie gefesselt hat. Mit diesem Klebeband, dass er aber die Nase freigelassen hätte, weil sie sollte auf keinen Fall sterben. Ich nehme sie mal vorne weg. Die Polizei hat das später nachgestellt alles. Und du kannst nicht 15 Meter Klebeband um ein Gesicht kleben und die Nase bleibt frei. Das geht nicht. So viel Fläche bietet dieses Gesicht gar nicht. Sie haben es probiert. Ja gut, dann gehe ich halt auf eine Fläche zweimal. Nee, aber nicht mit 15 Meter. Das funktioniert nicht. Also das stimmt nicht. Ich kann mir doch theoretisch die 15 Meter um die Stirn machen. Ja, theoretisch. Doch nicht beim Kind. Wie soll denn das gehen? 15 Meter. 29 Mal. Ich wickele halt immer um dieselbe Stelle. Nein, nein, nein. Das hält nicht. Sie haben es probiert. Ich glaube es Ihnen. So. Er hat die Johanna mit Chloroform betäubt, in den Kofferraum gelegt, fesselt. Und dann hätte sie geklopft an den Kofferraum. Deswegen habe er angehalten, den Deckel geöffnet und da sei sie ihm entgegengesprungen. Und da hätte er sie halt mit einer flachen Hand ins Gesicht geschlagen, um sie zu beruhigen. Und vermutlich habe er ihr da die Nase gebrochen. Und dann hat er zufällig auf einer Pferdekoppel ein Seil gesehen und das auch noch gestohlen. Und unterwegs hat er dann auch noch Klebeband gekauft. Aber das hat er nicht für die Johanna gekauft, sondern für diese Bezüge da in seinem Auto. Also Geschwätz. Ja, warum sagst du mir das jetzt? Naja, weil ich finde, man kann es wenigstens mal erwähnen, was der sagt. Nämlich, der sagt, es war ein Unfall, war alles keine Absicht. Ich zitiere, er wollte sie nur missbrauchen. Oh cool. Guter Typ. Was hat man denn, aber konnte man irgendwie rekonstruieren? Also konnte man der Familie Gewissheit bieten, was Zeitpunkt und Ablauf betrifft? Könnte man es zumindest ein bisschen. Ja, also was sie wirklich gefunden haben, das war eine Zeugin von der Tankstelle, die diesen Chatter gesehen hat. Sie konnten sogar dann auf die Minute genau prüfen, wann er an dieser Tankstelle war. Weil die hat sich noch erinnert, was der für Zigaretten gekauft hat. Und viel Glück. Der Pächter war immer noch derselbe und er hatte noch das Kassenband von 1999. Und deswegen weiß man, an diesem Tag war er um 17.41 Uhr da und hat Zigaretten gekauft. So, und daraus konnte man schließen, dass das mit der Pferdekoppel nicht gestimmt hat. Jetzt kann man hergehen und kann sagen, ja, was interessieren uns diese ganzen Details? Aber da geht es ja auch immer darum, glaubt man so jemanden oder glaubt man ihm nicht? Und was rekonstruierbar war, ist, wann hat er sie überwältigt? Also wann, und wo war das? Das wurde auch alles nachgestellt und mit Drohnen gefilmt und so weiter und so fort. Aber das, was die Eltern wissen wollten, nämlich was ist mit dem Kind passiert, das weiß man nicht, weil das weiß nur er. Und das wird man auch nicht mehr rausfinden, solange er nicht spricht. Okay, das heißt, diese Befriedigung haben die Eltern dann nicht. Zeugen hast du schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe, dass man das wissen will, um abschließen zu können, wenn man überhaupt abschließen kann. Die Frau Bohnacker hat am Ende dieses Prozesses gesagt, dass sie lebenslang hat. Weil, wie soll das denn aufhören? Und manchmal überlege ich mir, ob es nicht gut ist, dass sie vielleicht nicht wissen, was genau passiert ist. Aber ich kann nicht beurteilen, was diese Frau, die eine extrem starke Frau ist, was die ertragen kann. Ja, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall stellen will. Du warst ja da. Ja. Du hast gesagt, das war auch ein Fall, der dich sehr, sehr beeindruckt hat mit allem drumherum und dieses preisgekrönte Feature, was du dazu gemacht hast. Kannst du mir sagen, ob du in all dieser Zeit, in der du dich damit beschäftigt hast, irgendwelche Ansätze in seiner Biografie gefunden hast, dass das so ein Larry wird? Nein. Also es ist nicht irgendwie rausgekommen zu sagen, da ist da, also ... Naja, also der ist, was soll ich sagen, der ist auf die Welt gekommen, die Eltern haben ihn zur Adoption freigegeben, er ist adoptiert worden, er nennt seine Adoptiveltern seine Eltern, er war in der Schule gut. Er hat dann irgendwie nachgelassen, er hat aber ein Abitur gemacht, er hat dann Biochemie studiert und nicht zu Ende studiert und dann hat er eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ich kann darin nichts erkennen, also das ist kein schöner Lebenslauf, aber keine Ahnung. Das heißt, es ist nicht so, es gibt nicht irgendwelche Hinweise, wie man das kennt, so, der hat damals schon gar nicht seinen Hasen getötet und was hat er gesagt. Naja, es gibt Hinweise, dass er schon sehr früh, schon in der Schulzeit, die haben ja da so Aufzeichnungen von ihm gefunden, glaube ich, schon als 17-Jähriger da, seine sexuellen Präferenzen, die wir nicht, glaube ich, unbedingt, die wir nicht unbedingt wissen wollen. Das hast du ja zum zweiten Mal gesagt, safe gibt es schon seit dem ersten Mal, dass Leute, die das wissen wollen. Ja, habe ich doch schon gesagt, Fäkalien und so ein Zeug. Und seit als 17-Jähriger schon. Ja, und das ist eklig und ich will es auch ehrlich gesagt, ich habe es verdrängt, ich kann es auch gar nicht mehr erzählen. Ich will es nicht mehr genau wissen. Ich wollte jetzt nur verhindern, dass Leute draußen sind, die es wissen wollen und es nur wegen mir nicht erzählt wird. Ja, und, 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 also, ich meine, und auch das ist eklig, der Typ ist pädophil und der, er nennt sich Para, nee, wie heißt das, wie heißt das nochmal, Happy-Feel. Das sind die, die sich für die zwölf, also für die pubertierenden Mädchen interessieren. Keine Ahnung, ich finde beides eklig und ich finde beides schrecklich, weil es schlimme Dinge mit Menschen anrichtet. Der, der Gutachter hat ihm das, hat ihm das, ähm, hat das gesagt, ja. Gut, ähm, ja, wir müssen jetzt mal zu dem Urteil kommen. Wir haben es ja schon in der Einleitung gehört. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Da hat quasi alles, was möglich ist, bekommen, oder? Ja, lebenslang besondere Schwere der Schuld. Und wenn man sich fragt, Sicherungsverwahrung sind wir hier wieder bei diesem Punkt, lebenslang ist lebenslang. Ich habe nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals wieder freikommt. Aber die Sicherungsverwahrung ist nicht angeordnet worden. Nö, ist auch nicht nötig, weil der hat lebenslanges Urteil, ist auch rechtskräftig geworden. Der hat lebenslang und die besondere Schwere der Schuld. Und ich bin mir sicher, dass dieser Mensch nicht in der Lage ist, irgendeine Form von Reue oder sich damit auseinandersetzen oder Schuldeingeständnis, und zwar für das, was er wirklich getan hat, wirklich getan hat, und zwar insgesamt. Das musst du haben, sonst kommst du nicht frei. So einen kannst du ja nicht mehr freilassen. Der ist doch eine Gefahr. Aber warum ist die Sicherungsverwahrung, warum ist es nicht da? Die brauche ich nicht. Weil ich die nicht, aber kann ich ja trotzdem machen. Ja, aber es ist nicht nötig gewesen, sie ist auch gar nicht beantragt worden. Sie ist auch gar nicht beantragt worden, weil es reicht. Okay. Der sitzt. Wir gucken mal, ob es der Mutter auch gereicht hat, das Urteil. Es ist eine Riesenlast von mir genommen. Das Urteil ist so, wie ich es mir erhofft habe. Schlimmer geht es nicht mehr, und das war mein Ziel. Eine gerechte Strafe gibt es nicht, aber er hat die höchstmögliche Strafe gekriegt, die er kriegen konnte. Und damit geht es mir schon deutlich besser, als es mir noch vor einer Woche ging. Sie dürfen nie vergessen, ich habe mir das nur anhören müssen. Meine Tochter hat es erleiden müssen. Da liegen Welten dazwischen, und das war ich ihr einfach verdammt nochmal schuldig. Der Täter, der wird in der Versenkung verschwinden. Der wird in der Versenkung verschwinden, das hat sie nach dem Urteil gesagt. Sie hat selber plädiert, vielleicht sage ich dazu, dass sie Juristin ist. Und sie hat selbst plädiert als Nebenklägerin, sie war an jedem Verhandlungstag da. Und sie hat von dem Individuum immer gesprochen. Sie hat ihn nie beim Namen genannt. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch die ganze Zeit nicht gemacht. Wie ist er nochmal? Eric? Nee. Eric? Hm. Okay. Und zwar, weil sie, ich glaube, weil sie möglichst viel Distanz herstellen wollte. Und das war, was ich an dieser Frau so bewundert habe, ist, sie ist da nicht mit Hass reingegangen. Und sie hat eins gemacht, sie hat was gesagt, also die versteht einfach was davon und die ist einfach unglaublich klug. Sie hat gesagt, der Strafverfahren ist die Bühne des Täters und nicht des Opfers. Das sei ein Zitat und es war übrigens ein Zitat von dem nicht sehr angenehmen Verteidiger dieses Angeklagten. Aber sie hat ihr Plädoyer genutzt, um Johanna in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hat sie wirklich sehr, sehr eindrücklich gemacht. Also man hat dieses Kind da schon erlebt. Und vor allen Dingen hat sie uns ein Gefühl dafür gegeben, wie das ist für ihre Mitschüler, für die Klassenkameraden, für die Freunde, für die Schule, für das Dorf. Das war der Tag, hat sie gesagt, an dem die unbeschwerte Kindheit da in diesem Dorf zu Ende war. Nämlich mit dem Verschwinden, diesem spurlosen Verschwinden von Johanna. Und dann hat sie halt beschrieben, wie das war und was so ihr letztes Bild von ihr ist. Und das ist schon, das macht was mit einem, wenn man das da so hört. Ja, wenn jemand in sachlichen Worten dir erzählt, wie er sein Kind noch sieht, das am Tisch sitzt, wie sie immer noch hört, wie die Johanna gelacht hat und dann ist die weg. Und das Nächste, was du von dem Kind mitkriegst, ist, dass es gefunden wird im Wald. Soll ich das so sagen? Mein Zettel ist zwar nicht ganz durchgestrichen, weil wir kurz vor der Sendung den Ablauf geändert haben. Hast du trotzdem noch irgendwas, was du loswollen würdest, weil ich bin fertig? Naja, also wir sind jetzt in der fünften Staffel und immer wieder haben wir es mit so, es fällt mir so auf, immer wieder haben wir es mit so starken Frauen zu tun. Also einmal hier die Frau Bohnacker, die mich sehr beeindruckt hat, wie man unschwer, glaube ich, hören kann. Und später kam dann noch die Mutter von Susanna dazu. Das sind alles so beeindruckende Frauen, die einen so lehren, wenn man so ein bisschen zurückgenommener ist, dass es umso eindrücklicher ist. Das ist mein Eindruck, der irgendwie da immer bleibt. Das ist doch gut. Was auch immer bleibt in dieser Sendung, ist die folgende Kategorie und die heißt... Yo, yo, yo. Und hier haben wir auch eine starke Frau, die uns eine starke Frage geschickt hat. Das habe ich dir jetzt einfach mal geklaut, diese Überleitung. Das ist eine sehr, sehr lange Frage. Ich muss dich jetzt vorab fragen, weil sonst mache ich immer wieder denselben Fehler. Sonst lese ich jetzt die Frage vor und dann sagst du, ruf mir doch Drescher an. Dann muss ich die Frage nochmal vorlesen. Ruf mir doch Drescher an. Wenn wir ihn direkt anrufen, dann können wir es zusammen beantworten einfach. Dann würde ich sagen, dann ruf mir mal Herrn Drescher an. Ghostbuster-Jingle-Einfach-Denken habe ich jetzt gemacht. Drescher. Heike Berufka, Basti Red, Staffel 5, Folge 2, verurteilt. Hallo. Hallo, Gude. Hallo, Gude. Hallo, ja doch. Schön, dass wir Sie mal wieder hören können. Ja, natürlich doch. Und wir haben Sie gleich mal... Das geht nicht. Wir haben Sie gleich mal mit in den Zuschauerraum genommen. Aha. Und zwar hat die Christina folgende längere Frage, falls ich mich jetzt verhass will, bitte drüber hinwegsehen. Ich war schon in der Schule nicht gut bei sowas. So, sie hat folgende Frage und es geht um diesen Komplex, dass ich quasi, wenn ich verheiratet bin, nicht aussagen muss und so weiter und so weiter. Und sie stellt sich jetzt folgende Frage. Wahrscheinlich sind diese Verwandtschaftsgrade genau definiert oder ist es ein Unterschied, ob es vor Gericht um den eigenen Sohn oder um einen angeheirateten Schwibbschwager geht, mit dem er nur um drei Ecken verwandt ist? Muss man eigentlich gegen seinen Partner aussagen? Viele Paare sind ja nicht verheiratet und so weiter und so weiter. Und die zweite Frage, die sich stellt, kommt jetzt später. Aber erstmal, glaube ich, kann man die Frage zusammenfassen. Wo ist denn da die Verwandtheitsgrenze bei Aussagepflicht? Die ist relativ, relativ eng. Also das sind die Paragrafen 52 folgende Strafprozessordnung, wo das natürlich genau geregelt ist, wer da Aussage verweigern darf oder nicht. Das sind zum einen Verlobte beziehungsweise Verpartnerte und Ehegatten, unabhängig davon, ob die Partnerschaft oder Verlobung, die Verlobung, wenn die gelöst ist, dann fällt es weg. Aber wenn eine Ehe oder eine Partnerschaft auseinander geht, dann bleibt das Aussageverweigerungsrecht bestehen. Und dann sind es, wer mit den Beschuldigten, wie das Gesetz sagt, in gerader Linie verwandt oder verschwägert in der Seitenlinie bis zum dritten Grad. Also dritten Grad verwandt, zweiter Grad verschwägert. Um es abzukürzen, also praktisch verwandt ist immer, wenn man in gerader Linie praktisch runtergeht. Das geht also dann praktisch bis Urgroßeltern und Urenkel. Und in den Seitenlinien, da ist es grundsätzlich so, dass es praktisch bis zu den Neffen und Nichten geht, aber nicht mehr die Cousinen und Cousins, jedenfalls wenn die selber betroffen sind. Also gegen einen Cousin muss man nicht aussagen, allerdings gegen den Vater des Cousins darf man wieder die Aussage verweigern. Das ist ein höchstpersönliches Recht, das kann der ganz alleine bestimmen. Und ob der Angeklagte da sagt, der soll aussagen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das darf er also ganz, ganz, ganz alleine bestimmen. Es gibt dann noch so Aussageverweigungsrechte von allen möglichen Leuten, also Ärzten und Anwälten und dergleichen. Journalisten. Journalisten auch, ja. Und die dürfen grundsätzlich auch davon Gebrauch machen, allerdings nicht, wenn sie von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Also da kann das der Angeklagte oder die Angeklagte beeinflussen und kann sagen, hier, das habe ich alles meinem Arzt erzählt und den entbinde ich von der Schweigepflicht und dann muss der auch aussagen. Habe ich verstanden, auch wenn ich persönlich, aber das ist mein eigenes Problem mit diesen ganzen Verwandtheitsstammlungen. Ja, ich musste auch immer wieder nachgucken. Also das war immer so, wenn da irgendwas war, hat man immer geguckt, wie war denn das jetzt und gegen wen geht es denn jetzt. Und macht sich dann diese schönen Bäume da, die man da in den anderen Tafeln immer hat und guckt, dann sind das zwei oder drei oder vier gerade. Okay, es ist eine Frage von ihr, von der Christina, die in eine ähnliche Richtung geht. Muss ein Polizist gegen Verwandte ermitteln? Puh, also sagen wir mal so, wie das intern bei der Polizei geregelt ist, weiß ich nicht. Es würde natürlich keinen Sinn machen, jedenfalls dann nicht, wenn er zu den Auskunfts-, zu den Zeugnisverweigernden Personen gehört. Weil alles, was er da ermittelt, könnte er ja nachher dann sagen in einem Verfahren, sorry, ich mache von meinem Auskunftsverweigungsrecht Gebrauch und dann kann man das alles in die Tonne kloppen, sodass die Polizei da schlecht beraten wäre, darauf zu bestehen, das aus seiner Macht. Ob der möglicherweise mal zu so einem Einsatz dann mitgenommen wird, weil gerade kein anderer da ist, naja gut. Aber das ist das große Risiko dann in der Tat dabei. Und wenn es um mehrere Personen geht, dann hat er zwar ein Auskunftsverweigungsrecht, was seine eigenen Verwandten angeht und nicht möglicherweise Dritte, die sich da noch irgendwie aufhalten. Das kann aber problematisch werden, weil ja eventuell eine Aussage, die er da macht, auch Auswirkungen auf die eigenen hat. Und dann brauchen wir halt wieder nicht aussagen. Okay, und wie ist es, wenn man das vorher nicht weiß? Sagen wir mal, ich bin jetzt Polizist, ich fahre zu einer illegalen Corona-Party und plötzlich ist es die Party von meiner Schwester. Da würde man wahrscheinlich hergehen und, oder man sieht dann eben, die Schwester ist woanders. Das wäre ja noch das Einfache. Also die Adresse kennt ihr ja meistens. Nein, nein, die Frage ist, kann ich dann auch als Polizist einfach die Tür zu machen und sagen, ich muss meine Schwester nicht, also ich muss das nirgendwo melden? Also das, ich denke mal, also die sind ja meistens nicht allein. Also üblicherweise wird er ja da nicht alleine hingeschickt und dann würde er gegebenenfalls dann seine Mitfahrerin oder seine Mitfahrer sagen, hör mal zu, da sitzt da drinnen, sitzt einer, meine Schwester oder mein Bruder oder irgend so was. Ich setze mich mal ins Auto und wenn du meinst, du wirst damit alleine nicht fertig, dann hol mir Verstärkung bei. Also so würde ich es machen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Heike, hast du noch irgendwie was? Nein, ich fand es sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns in dieser Staffel, die zwei Folgen mehr hat als die vergangenen, sind safe. Oh, der ganze Sommer ist schon gerettet. Noch mal hören. Sommer ist gerettet. Sommer ist safe gerettet, ja. Schauen wir mal zu. Alles klar, vielen, vielen Dank. Okay, bitte. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jo, also ich bin soweit durch. Ich glaube, wir können nochmal ein Hinweis loswerden für das Feature, was ich hier, glaube ich, drei, vier Mal erwähnt habe. Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Was ich aber... Ich aber. Das könnte Basti machen. Was ich empfehle, ist etwas in der ARD-Audiothek. Quatsch, in der ARD-Mediathek. Da findet ihr eine wirklich, wirklich sehenswerte Doku. Ich habe sie mir angeschaut. Eine dreiteilige Serie mit dem Titel Auf den Spuren eines Kindermörders. Und es geht um den Fall Johanna Bohnacker. Da könnt ihr alles nochmal vertiefen, was wir vielleicht nicht erwähnt haben. Vielleicht vergessen haben oder wo wir uns nicht herangetraut haben. Beziehungsweise ich habe manche Fragen heute nicht gestellt, weil ich mich ein bisschen schützen wollte. Das tut mir nicht leid. Ansonsten solltet ihr auch so coole Fragen haben wie die Christina. Verurteilt at hr.de ist die E-Mail-Adresse. Oder Twitter. Ja, wollte ich gerade sagen. Twitter ist ein bisschen weniger geworden. Nicht alle Mails schreiben. Einfach auch mal, weil sie eine kurze, knackige, schöne Frage haben für den Zuschauerraum. Hashtag verurteilt bei Twitter. Ansonsten könnt ihr uns bei Instagram privat schreiben. Gucken mal, ob wir das sehen. Ansonsten können wir zu Live-Shows nichts sagen. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen und den Rest schauen wir dann. Verurteilt Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red Eine Produktion des Hessischen Rundfunks Eine Produktion des Hessischen Rundfunk. Sie sehen uns in zwei Wochen und den Rest schauen wir nun. Sie sehen uns in zwei Wochen und den Rest schauen.